Wir freuen uns schon auf 18.12. mit Mario und Christoph bei Weihnachten in den Bergen in Enzi zu singen. Und mit daten ins Gefreien, wenn viele von euch zu der Veranstaltung kommen daten, weil es geht auch für Licht ins Dunkel. Wohin führst du uns im Leben? Fragen die Leute den Herrn. Was ist dir recht? Oft ist so schlecht, hier deine Stimme zu hören. Du lässt uns vieles entscheiden, jeden Willkönnen wir gehen. Könnten wir nur auf dem Pfad ohne Spur all deine Zeichen verstehen. Gibt zehn Gebote, sagt der Herr, machen den Menschen. Haltet euch dran, so ungefähr, in Freude und Leid. Die Zehn Gebote sollen euch den Frieden schenken. Wer sie im Herzen trägt, ist reich an Menschlichkeit. Unter mir liegt meine Heimat. Ich schau von Gipfel ins Tal. Und mir wird klar, Gott ist uns nah. Aber er lässt uns die Freiheit, das zu tun, was uns gefällt. Irgendwann spricht er beim jüngsten Gericht zu jedem hier auf der Welt. Die Zehn Gebote, sagt der Herr, machen den Menschen. Haltet euch dran, so ungefähr, in Freude und Leid. Wer sie im Herzen trägt, ist reich an Menschlichkeit. Wer sie im Herzen trägt, ist reich an Menschlichkeit.